Was? Wie? Kann man da rechts oder links? Nein, kann man nicht. Ok, also ich muss da durch, weil ich noch kein Schlüssel höre. Oh, da wird ja spaßig. Ok, segeln wir noch mal. Ah, ich kann nicht... Äh! Segeln... Du... Wää! Mann, ich hasse die Viecher. Sie bewegen sich so... Vorhersehbar und trotzdem treffen sie mich nicht mehr. Oh mein Gott, das ist so... Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Und du stirb. Oh mein Gott, bin ich blöd. Wieso gehe ich nicht aus dem Weg? Ich bin blöd. Ah, ich bin blöd. Ich bin blöd. Ah, ich bin blöd. Ah, ich bin blöd. Störbegeist. Störbegeist Nummer 2. Da. Störbe. Ja. Und jetzt noch einer. Duuuhhh. Flum. Und wir haben eine Kiste. Und einen Schlüssel. Ah, gut. Kleiner Schlüssel. Den muss ich nicht immer da hinten drücken. Dann lassen wir uns doch die Kiste porten. Oder müssen wir noch ein wenig die Dinge erkunden. Ja, verschwinden bevor das Feuer ist. Super. Und wie willst du das schaffen? Gar nicht. Aber wir haben jetzt einen Schlüssel. Und das ist ein Gratis- Gratis-Rückweg-Sieg quasi. Äh, Bomerang. Ja. Ich bin so episch. So. Dann machen wir das Herz auffüllen. Herz auffüllen ist nie schlecht in einer Ranchen. Oh, nochmal eins. Oh, nochmal eins. Aha, ich habe weniger Herz gebraucht, als die ich gedacht hätte, was das Spiel programmiert hätte. So. So. Und töten. 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 Ich mag den Bomerang. Ich mag ihn wirklich. Töten. Moment. Das sollten die sich eigentlich nicht teilen, oder so? Episch. Gut. Ich versteckte mich wieder alle besiegen. Das wäre so... Untoldi. Ja, ein Ring. Super. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Genau das, was ich brauche. Genau das, was ich brauche. Äh, ja. Wir können mit rufen. Dann nehmen wir doch... Schissen. Und... Schissen. Du willst meinen Bann brechen? Sei nicht törig. Das werde ich verhindern. Klar. Ich werde dich einfach umbringen. Ich werde dich einfach umbringen. Beachtlich! Doch nächstes Mal wärst du weniger Volker. Ja. Ja. Ich habe jetzt eine Bann gebrochen. Und kann darum nach hinten durchlaufen. Kann man schon. Hey, ja. Das ist ja mal cool gemacht. Also ich mag das Level jetzt schon. Ja. Das Ding hat eigentlich schon wieder Forscher gerufen. Ich glaube, oder? Ist ja ein super Name. Oh oh. Bitte sag nicht, dass die ja lebendig werden. Oh, doch. Sie werden lebendig. Und ich kann sie natürlich wieder so nicht besiegen. Dann kann ich sie halt so besiegen. Sterb. Sterb. Lebendig. Lebendig. Ja, komm zurück. Boomer rein. Was denkst du dir eigentlich? Äh, ja. Ich darf einfach mal alle besiegen. Vielleicht passiert dir was Interessantes. Ah, Moment. Ha 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 ha. Und es ist was Interessantes passiert. Und das Herzchen. Nicht wieder verlieren. Braav. So. Den können wir also verschieben. Hä? Den verschieben wir dann doch. Ching. Jetzt wird es nicht gleich wieder in eine andere Dingle. So. Twee Turn. Und. Hopp. Twee Turn. So. Ja. Oh. So. 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 Ich würde mal sagen, ich brauche den Hedge. Achso. Ich schätze, guck mal. Na ja. Aber. Ich hasse. Äh. Okay. Merke, immer zuerst auf die richtige Farbe einstellen. So. Oh nein, ich hasse das. Aber wir können da nicht rüber, wenn wir... Okay, also, Säckle. So. Und fertig. Ihr wollt tatsächlich, dass ich so einen Sprung mache. Ah, verdammt. Ich frage mich, ob die Mitte der Dinge bleibt. Hier hinter mir. Mach, Moration. Hahaha, ich kann nichts gegen das Schild machen. Hahaha, ich kann nichts gegen das Schild machen. Aber nein, die bleibt nicht. Das ist auch sehr super. Dann sollte ich halt einfach durchlaufen. So. Und jetzt einfach mal alles aufhalten. Was da so gefleucht und gekreucht. Moment, da kann mich gar nicht hüten, wenn ich... Ja, Konzentration. Das ist ja so eine Sache. Wie soll ich das schaffen, bitte? Ich gehe einfach mal links. Weil links ist der Weg frei. Links macht den Weg frei. Muss ich die jetzt da drauf schieben, oder muss ich die... Da auf die... Ich kann nicht überhaupt verschieben. Nein, kann ich nicht. Ah. Ah, interessant, interessant. Cooles Rätsel. Ich erinnere mich irgendwie an einen Rubik's Cube. Kann ich von der anderen Seite noch... Nein. Also ich muss es in einem Mal lösen. Super, das... ...macht es sehr viel einfacher auch. Okay. Ja. Ja. Hm. That's difficult. Very difficult. Also ich muss runter. Jetzt kann ich den runter schieben und den runter ziehen. Doch, doch. Das sollte gehen. Run. 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 Oh, oh. Run. Super. Genau so. Ah. Das wäre jetzt peinlich, wenn ich das Rätsel auch nicht verschaffen würde. Nur ein wenig peinlich. Ja, so viele Möglichkeiten gibt es auch gar nicht. Also der darf einfach nicht weiter rüber. Dann mache ich es doch irgendwie schon so. Nein. Ah. Grrr. Aber jetzt weiss ich wenigstens wie es geht. Wah. So. Über. Ab. 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 Über. Und ab. So. Danke schön. Tschüss, Lisa. Und wieder geht's. Probieren wir doch nochmal das Ding da. Okay. Link, du schaffst es los! Okay, das ist schon mal geschafft. Na. Immerhin bleiben wir jetzt da rein. Das werden wir jetzt nochmal probieren. Hä? Kommt doch, wenn ich Pumpe. Der kommt nicht. Na ja. Irgendwenn schaffen wir es. Irgendwenn. Ja, das der Drucker wäre vielleicht auch nicht eine schlechte Idee. Los, Link. Aber. Du 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 du. Aaaaah. Oh man. Wieso? Wieso? So. Okay. Nicht funktioniert. Mal probieren. Quete. Nein. Zuerst Pegasus kerne. Und dann springen. Quete, das kann man erst machen, wenn man irgendwie den Gegenstand von dem Dungeon hat. Und ich weiss nicht einmal welcher Gegenstand das ist. Peinlich aber wahr. All die Tasten drückt. So. Ich glaube ich mache noch ein bisschen drei Herzchen an und dann. Nein, ich glaube nicht. Ich hau ab. Jetzt bin weg. Adios. Amigos. So. Jetzt müssen wir uns wieder da rüber schwingen. Mit Tarzan 1. Boah. Da ist knapp gewesen. Also man kann nicht sagen, es ist knapp gewesen. Ah. Genau. So. So. Ich kann jetzt jetzt schonmal Leben auffüllen. Bitte jetzt kommt ein Zwischenboss schon. Und ich habe kein Leben mehr. Wehe. Zum Glück. Ihr schiisst auch nicht? Super. Erschwinden bevor das Feierl ist. Sonst. Okay, das schaffe ich glaube noch nicht. Gehen wir zwischen mal schauen, ob es noch eine andere Weg hat. Nein, jetzt nicht. Super. Kann ich das in mir verschieben? Komm schon, ich weiss, dass ich das verschieben kann. Ja. Claro. Super. So. Ähm. Ah. Aha. Alles hätten Sinn in dem Spiel. Alles hätten Sinn. Das ist vielleicht nicht kanemologisch, aber das... Aua. Zeit und Sinn. Äh. Jetzt, ich muss es nochmal... Eis verschieben. Super, ich komme jetzt genau da wieder raus. Und ich habe jetzt nicht gesperrt. LOL. Oh nein. Boah. Zum Glück. Ich dachte, ich hätte mich eingesperrt. Das wäre so übel gewesen. So viel. Aber das ist, dass ich da einfach raus schiebe. Denn... hä? Von oben nach oben. Super. Ich würde sagen, wir müssen sowieso... Zwei nach oben da. Das heißt, das ist genau das Feld, wo zwei da nach links sind. Und darum, wenn wir die da verschieben. Und dann das Trampolin raus verschieben. Da. Check. Check. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das geht doch gar nicht. Ey, verarschen kann ich mich selber an. Ich schiebe das Ding jetzt trotzdem nochmal rein. Nur weil ich es kann. Aber es gibt keine Möglichkeit, das Ding nicht dazu bevor. Ist jetzt doch da hinten drin. Ich glaube schon. Wenn ich aber... Spido-Kern rein... Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich meine... Das geht nicht. Das geht nicht. Ich meine... Ich meine... Das geht nicht. Mal schauen. Zweifelplatz mässig. Äh... Ja. Ich glaube, ich beenden mal den Part da. Ich bin in eine gewisse Aufnahme-Session. Es ist ja nicht ein Part. Hahaha. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sonst in die Kommentare schreiben. Ich bekomme ja so viele Kommentare. Nein, es war keine Aufforderung. Ich glaube, es ist doch eigentlich schon. Ähm... Und bis zum nächsten Mal... Wenn es heißt... Legend of Zelda Oracle of Seasons. Tschüss.